Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von einem neuen Projekt Koop-Karriere zusammen mit dem Jan. Hi! Hi! FIFA 21 Koop-Karriere geht wieder los. Bei Jan kam schon ein Video. Das Ganze ist natürlich auf seinem Kanal gekommen. Sein Kanal ist rechts oben beim i verlinkt. Also unbedingt beide Kanäle abonnieren, weil wir wechseln uns da immer ab. Ich erkläre das Prinzip ganz kurz nochmal. Jan hat es auch schon erklärt. Also es läuft folgendermaßen ab. Gestern kam bei ihm eine Folge. Heute kommt die Folge bei mir. Nächste Folge kommt dann wieder bei Jan. Also wir wechseln uns quasi immer ab in einem Tagesrhythmus und ballern richtig durch erstmal. Also ich freue mich einfach auf diese Karriere. Was ganz ganz wichtig ist, ihr müsst beide Kanäle abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Das wäre einfach das Beste. Und es gibt eine gemeinsame Playlist. Genau, ansonsten gibt es auch noch eine Playlist. Jeder Kanal hat seine Playlist in allen Videos drin. Die ist einfach mal rechts in meinem i verlinkt. Falls ihr die Playlist einfach abcheckt, dann kommen die auch immer zu jedem Video. Also auch zu Jans Video und auch zu meinem Video. Das ist eine geile Lösung. Also ich finde es einfach geil. Also ohne Spaß. Wenn ihr die Playlist einfach durchsuchtet, dann habt ihr hier das geilste Projekt. Also Perfektion. Das ist so geil. Also wir gucken mal kurz auf die Tabelle mit Dortmund Platz 7. Wir haben ja schon ein paar Spiele gespielt in der heutigen Folge. Können wir mal kurz auf den Kalender blicken, gegen wen wir spielen. Machen wir aber auch wieder ein Champions League Spiel und zwei Liga Spiele. Ich bin richtig heiß. Ich habe beim Trainer schon mal ein bisschen nachgefragt, wann wir spielen und wann nicht. Und der hat mir schon einen Plan gesagt. Gegen Union Berlin. Das spielen wir jetzt direkt. Da dürfen wir auf jeden Fall ran. Und auch in der Champions League. Da lief es ja bei Jan in der Folge richtig nicht gut. Da dürfen wir zu Hause gegen Lazio Rom, wahrscheinlich unseren stärksten Gegner der Gruppe, spielen. Und das wird richtig nice. Gegen Wolfsburg wahrscheinlich eher nicht. Nichtsdestotrotz habe ich gerade irgendeine Scheiße gedrückt. Und danach im Oktober spielen wir dann noch gegen Bielefeld, gegen den Aufsteiger. Da müssen wir natürlich dann gucken. Da hat er uns natürlich als Doppelsturm eingesetzt, dass wir da ordentlich ein bisschen ein paar Tore schießen. Darf man natürlich nicht unterschätzen, aber wäre auf jeden Fall ganz geil, wenn wir da mal wieder ein bisschen vorne ran kommen. Weil in der Bundesliga Platz 7, ja, ist natürlich erst vier Spieltage gespielt, aber muss schon ein bisschen reinhassen langsam. Leute, das ist unsere Aufstellung. Wir sind ja im Doppelsturm, falls ihr das noch nicht wisst. Jan rechter Stürmer, ich linker Stürmer und wir legen da richtig los. Haben mittlerweile schon eine 76, also jeder hat sich um einen Punkt gestärkt. Ja, ist schon ziemlich krass. Jan hat da eine Plus 3 noch. Ich habe nichts da gerade für. Aber sonst, die Fitness ist bei allen eigentlich ganz gut, außer bei Jan. Der hat sich auf jeden Fall ausgepowert die letzten Spiele, aber bis zum Champions League Spiel sind wir dann auf jeden Fall wieder fit. Hoffentlich hältst du es noch durch. Oh, Michael Maik erzielt im letzten Spiel drei Tore. Wow, was ist da denn passiert? Unbedingt bei Jan vorbeischauen. Einen bösen Dingen gibt es halt noch. Ich spiele halt über eine scheiß Qualität, da das Ganze über Jan läuft. Da steht bei mir sogar immer, die Qualität der Internetverbindung ist schlecht. Also ein bisschen pixelbreit ist es, aber drei Tore in dem letzten Spiel. Also es läuft trotzdem richtig, richtig gut und deswegen bin ich richtig, richtig hyped. Vor allem jetzt hier zu Hause zu spielen, wo es ja die Original-Torhymne gibt. Und ja, ich bin einfach gespannt. Du mit der Nummer 12, ich mit der Nummer 11. Blauer und du bist der Rote. Das ist richtig geil, ich freue mich. Schade. Oh, da sehen wir Gladbach führt 1-0 gegen Frankfurt. Ja, geile Einblendung. Clea. Frankfurt, ja auch ein Gegner, der bald auf uns zukommt und die auch richtig gut gestartet sind, glaube ich. Glaube ich, ich weiß es aber nicht. Ich dachte, der kommt zu mir. Digga, du hast schon zum 10. Mal. Ja, ich war überrascht. Richtig, der kommt zu mir, Alter. Ich kann auch bald nicht mehr rennen. Warum passt ich da? Jetzt, du bist du. Und Elfmeter. Oh nein, Hilfe. Der gibt dir ne Geld. Ja, ist klar. Wo wird das denn? Ich dachte auch, Elfmeter. Scheiße. Ja, genau. Dafür, ja, klar, danke sehr. Also, du bist ja im gelben Trikot, deswegen gelbe Karte und du hast den roten Pinöpel, deswegen rote Karte. Deswegen rote Karte. Deswegen rote Karte. Gelb-Rot. Gelb-Rot, ja. Ich glaube nicht. Ich habe Angst. Das hast du ja schon ein paar Mal geschafft, also. Hey. Ich habe doch nichts gemacht. Oh, es gibt gar keine Nachspielzeit, gerade was ist da los. Oh. Das ist schon heftig, Halbzeit. Halbzeit. Also, schweres Spiel. Das ist nicht halb. Stimmt, also, Union ist halt hart am Verteidigen gerade auch. Oh, Frankfurt wieder ausgeglichen. Ja, das ist wirklich so. Die verteidigen richtig krass. Nicht so unfair sein genug. Oh, geil, du bist so gut. Ey. Das ist doch... Der Schiedriger hat was gegen mich. Dafür kriegst du jetzt gleich Geld, Bro. Ich weiß. Wenn du das noch ein paar Mal machst, dann schon. Ich habe Angst. Ey, das war so ein sicheres Tor gewesen. Das wäre so ein sicheres Tor, ohne Schwarz. Oh, gehe ich ein bisschen den falschen Weg, sorry. Ich habe... Ich bin nicht so gut gelaufen. Alter, zack, Karya. Ich war so langsam, weil ich dachte, du überholst mich dann einfach rechts. Ja, ich weiß, wollte ich auch. Aber das war, glaube ich, nicht so schlau. Dann würde ich doch irgendein... Ja, bleib stehen. Das ist ja nicht so, ich stelle es 0-0. Ah, ich meine, gegen Karius einen Tor zu erziehen ist halt auch einfach heftig, ne? Das blieb mal nicht so. Alter, eigentlich müssen wir schon 8-0 fühlen. Ich weiß gar nicht, dass wir einen Weitschuss sind. Danke, dass ich den Bein nicht bekomme. Ich wollte ihn eigentlich dir spielen, dass er da habe ich habe... Alter, wo fliegt denn hin? Das war mein Schuss. Boah, Mann. Oh, ich bin nicht drückt. Oh, ich... Ich habe ihn so gefetzt. Er ist aber auch genau da hingerannt, wo ich lag, Alter. Das gibt es auch gelb, glaube ich. Ich glaube auch. Meine Sprungkraft ist so geil. Oh, mein Gott, jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Marien. Jawohl. Als ob... 92. Erstes Bundesliga-Tor für Mike. Stimmt. Yes. Oh. Ihr fangt dich auf. Wie süß. Alter, ich hätte dich weinen gelassen. Oh. Oh. Nice, danke für die Vorlage. Und yes, Mann. Wir haben es doch noch geschafft. Alter, ich habe echt damit gedrechnet, dass wir jetzt ein Unentschieden spielen. Ja, ich auch. Also fest. Also die haben ja so Zeitspiel auch noch gemacht. Und dann ein erfolgreicher Angriff. Oh, ich habe auch gelb. Ja, war eigentlich zu erwarten. Zum Glück kein gelb-rot. Eine Torverlage auch für mich. Also gerade im letzten Moment noch umgerissen. So, wir sind auf Platz 6 und Wolofsburg auf Platz 8. Und gegen die haben wir jetzt unser Spiel. Aber wie schon angekündigt, wir werden wahrscheinlich nicht spielen. Auswärts Trikots und Holland und Reus spielen. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Schnell-Simulation wird auf jeden Fall reingedonnert. Und mal schauen, was hier passiert. Da hat Hazard, Emrican und Holland natürlich. Und Reus schon wieder mit einem Treffer, der nicht zählt. Der hat auf jeden Fall Bock. Ja, aber läuft doch richtig gut. Also da haben wir wieder wichtige drei Punkte eingefahren. So, und dann können wir mal kurz auf unsere Champions-League-Gruppe gucken. Und ja, wir haben unser letztes Spiel gegen den TSV Hardberg richtig gut bestritten. Und haben damit drei Punkte und eine sehr gute Tordifferenz schon mal. Und ja, Rom und Brügge haben sich tatsächlich die Punkte geteilt. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich geil. Und das, wenn wir jetzt gegen Rom unseren quasi, denke ich, würde ich so einschätzen, den größten Konkurrenten auch ein gutes Spiel hinlegen können. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend starten wir jetzt dann direkt mal rein. Wird auf jeden Fall ganz geil. Wir spielen wieder, wir haben wieder Fitness. Das ist einfach mega. So, und das Ganze unter heimischer Kulisse. Richtig, richtig nice. Also wieder die Torhümne, falls wir ein Tor machen. So wie gegen Union in der letzten Sekunde. Aber gegen Lazio Rom wird das auch wahrscheinlich ziemlich, ziemlich schwierig werden. Ja, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, das wird auf jeden Fall die schwierigste Partie hier in der Gruppenphase. Wobei, immerhin heim haben wir noch einen kleinen Vorteil. Auswärts wird es natürlich schwieriger da noch. Aber da haben wir dann hoffentlich doch schon einen großen Punktevorteil, mit dem wir im Rücken ganz gut rein starten können. Ah, schade. Alter. Loll. Wo sind sie Stürmer, irgendwo hin? Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja. Da war der Rechtsvorteiliger so ganz weit vorne. Alter, hä? Was sind das für eine Champions League Einlendung? Bielefeld, hä? Ah, nein, der sollte doch zu dir kommen, dann wäre der auch nicht so steil gewesen, dann wäre der auch bei dir angekommen tatsächlich. So ist jetzt Halbzeit. Ich habe das Gefühl, die Clubs haben sich so ein bisschen auf unsere Angriffsstrategie so abgestimmt. Das kann tatsächlich sein. Dass wir nicht mehr so ganz überraschend damit rüberkommen und so langsam... Aber trotzdem mit meinem Tempo, mit deiner Stärke und so, wir könnten auf jeden Fall hier was reißen. Oh, nein, das hat so schön gespielt. Oh, scheiße, das muss es eigentlich sein. Oh, ich habe übrigens gar gesehen, dass es zwischen Hardback und Club Bull, glaube ich, 2 zu 2 steht gerade. Oh, krass, okay. Also, die drehen auf jeden Fall gar ein bisschen auf. Ja, ein Unentschieden da wäre auch für uns, wie gesagt, wieder ganz hilfreich. Vor allem, wenn wir hier auch ein Unentschieden erzielen sollten. Oder gewinnen. Dann ist es perfect. Ist das so ein Prank, oder? Oh, Mann, Alter. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit, also nochmal einen Angriff oder so. Sieht nicht danach aus, als würden wir diesen Angriff vollbringen. Wir müssen jetzt aufpassen, nicht, dass wir hier noch was kassieren. Dann, boah, Bürki. Vielleicht kriegen wir tatsächlich noch einen. Nein, pfeif doch nicht. Scheiße. Das ist ja auch einmal hier mein Forstentreffer. Ansonsten ist wirklich wenig passiert. Und mal gucken, was die anderen jetzt gemacht haben. War auf jeden Fall, glaube ich, ein knappes Spiel. 2 zu 2 tatsächlich. Wahnsinn. Also, das ist für uns echt richtig gut. So, auf der Tabelle ist auf jeden Fall einiges passiert. Deswegen müssen wir jetzt gegen Bielefeld den Aufsteiger auf jeden Fall direkt mal rasieren. Wir haben beide jetzt eine Plus 3. Das heißt, es ist richtig, richtig stark. Und, ja, spielen quasi wieder mit unserer Stammelf. Mit Bellingham und Reina und Akanji, Hummels, etc., etc. Ja, gucken wir einfach mal, ne? Oh, Schnee. Da bin ich bestens ausgerüstet. Und ich nicht. Mir ist kalt. Aber Trimmer wirst du gezeigt. Das war schon immer in allen Coop-Projekten. Das ist immer nur du in diesem Vorspann gezeigt. Hallo, vier Zogen in den letzten drei Spielen. Aber es war es schneit. Orangene Linien? What the fuck? Ja, dass man es erkennt. Ist das denn echt auch so? Ja, oft. Aber das man, also das sieht jetzt so gut aus, das habe ich vorher noch nie gesehen. Echt jetzt? Also, dass es jetzt schon schneit, das ist ziemlich scheiße. Weil mir ist kalt und ich habe keine Anschuhe und nichts. Oh, Mann. Hä, ist doch erst Oktober, oder was? Das ist doch unter. Ja, ich glaube auch. Wieso schneit es denn jetzt plötzlich? Das ist tatsächlich Anfang Oktober. Ja, das ist der Klimawandel halt einmal. Also, so wie wir jetzt. Also, bei mir schneit es draußen auch schon, ja. Oh mein Gott. Also, gegen Bielefeld darf man nicht unterschätzen. Ähnlich wie gegen Union. Wir haben bisher nur ein Tor erzielt und so. Wir sind wieder zu Hause. Ich will die Träumende jetzt mal hören, ja. Aber... Es ist halt trotzdem nicht einfach, weil die Mannschaften halt relativ defensiv stehen. Oh, und dann, wenn man solche fehlpässt. Und bei dem Schnee und so, das wird... Oh mein Gott. Das schmeckt. Siehst du die gelbe Karte schon kommen, oder? Oh, Mann. Was? Zwei gelbe Karten in einer Folge. Bald bist du gesperrt wegen fünf gelben, Alter. Unfair ist der Spieler der Liga. Oh mein Gott. Alter, das war das nicht knapp. Die gelbe Karte war auf jeden Fall ein Witz, eigentlich. Also, die davor, die war schon dumm, aber hier auch. Bis Jasula aus der letzten Saison. Ich tag mich einfach alleine durch. Das ist sehr gut. Ah, wenn du in den Zorn schießt, dann ist es ein Tor. Ja, hier mit dem schwachen Linken. Ja, perfekt. Also, Ecken sind schon echt richtig gut bisher. Ja. Und wieder mit dem schwachen Linken. Und wieder daneben. Also, vorhin war es ja nicht daneben, aber... Also, in meiner Folge spielen wir alle Gegner auf Zeit. Und Alter Bielefeld macht, glaube ich, jetzt ein Tor. Oh, oh, das wäre echt, was das einst so gewesen. Nein, wo ist das so einst so gewesen? Oh. Oh. Kannst du dich durchhalten? Du bist krass, ich bin so schnell. Guck dir so. Mit dein Ding jetzt abseits. Ja, boll. Du bist so cool. Warte, ich will dich überarmen dieses Mal. Oh. Oh, Mann. Egal, du bist so cool, dass du mir den gegeben hast. Finde ich richtig nice. Erwachsen. Da hören wir die Tor-Embne und das verdiente 1.0. Okay, ja, ich wollte es da einfach auch für, ich meine, nach dem Unentschieden ist gerade, weil ich einfach mal, dass wir wieder ein bisschen früher in Führung gehen und da auch nochmal sicher machen mit dem Abspiel. Weil wer weiß, wie lange ich noch auf Platz bin. Weiß ich. Aber ja, viel früher. Ah, ja, stimmt. Ja, muss man aufpassen. Wenn du gleich jemanden so wegrammst mit deiner Stärke, so bodycheckt, dann... Dich gleich hier. Oh, yes. Oh, yes. Und tanken... Boah, schau ihn um. Alter. Was machst du? Warum bist du da? Hast du nicht geschossen? Ich wollte schießen. Ich habe sie in der ganzen Zeit kreisgedrückt, aber es ging nicht. Der war... Du hast da was so, der hat sich nach außen drängen lassen plötzlich. Oh, Mann, Jan, das war so eine Chance. Aber ja, das passiert. Ich war dabei. Das passiert. Ja, das passiert, aber wir müssen ja nicht das 2.0 machen, dass wir mal ein bisschen geiler sind. Ich flanke oder passe. Perfekt. Der Pass war aber auch echt richtig komisch. Ja, der war genau in der Linie. Der Gegenspieler drin, deswegen habe ich so ein bisschen halt nach hinten passen müssen. Egal, 1-2-2, das ist ja auch schon mal ganz schön. Genau, genau, das passt schon. Ich will schon mal gucken, ob Frankfurt auch irgendwie eine Torhunde hat oder so. Das wäre ziemlich geil. Oh, mein Gott. Das war stark rausgespielt. Ja, nicht unverdient. Das ist das Problem, aber es ist natürlich ziemlich scheiße für uns. Ey, Mann, wir sind zu Hause. Das darf natürlich einmal nicht sein. Das stimmt. Oh ja, oh. Oh ja. Ja, Mann. Können wir jetzt mal zusammen hier irgendwie? Nee, kann man nicht. Alter. Wieso geht das mit dem anderen? Echt, ich verstehe es nicht. Das ist so dumm, dass das zusammen nicht geht. Kann das Spiel nicht irgendwie erkennen, dass der Torschütze mit dem Typ, der die Torvorlage gemacht hat, dass die zusammen jubeln wollen, kann das das Spiel irgendwie, wenn das ergibt auch Sinn, wenn die aufeinander zu rennen, dass die dann zusammen was machen. Nice one. Wir haben es auf jeden Fall wieder gepackt. Erneute Führung, genau. Das ist total wichtig. Ja. Das ist irgendwie jetzt ziemlich langsam, habe ich gemerkt. Ich weiß noch nicht ganz warum, aber ich konnte mich da nicht lösen. Oh mein Gott. Was? Was? Das gibt... Boah, die Fans sind auch gerade richtig laut. Also die sehen jetzt aus, dass es Elfwinder geben müsste. Ah, wohin ist er denn? Ja, der ist versprungen. Ich habe noch Kreis gedrückt, ich habe nichts gesehen, aber ich dachte, vielleicht ist er ja bei mir. Freistoß und Elfmeter hätten wir natürlich gerne. Wir haben der Elfmeterschütze in dieser Saison zumindest bisher und ich der Freistoßschütze. Da kann sich natürlich immer noch was ändern und so. Auch bei den Ecken bin ich schon ein bisschen am Überlegen, ob ich da irgendwas übernehme. Komm schon, 2 zu 1. Das müssen wir jetzt über die Zeit führen nach so einem Pass. Ja, das ist in dem 1 Minuten Nachspielzeit. Oh Jan, wenn du da da gut dazwischen gehst, bekomme ich die Gelb-Rote. Vielleicht. Yes, wir haben es geschafft. Immerhin haben wir gewonnen. Auch wenn in der heutigen Folge... Ja, in der heutigen Folge war es ein bisschen knapper, definitiv. Also, das muss man auf jeden Fall sagen. Also, gerne ein Abo da lassen, natürlich auch bei Jan. Und ansonsten bei der Playlist vorbeischauen und natürlich auch bei Jan. Ja, wir haben auf jeden Fall eine gute Folge hingelegt. Das werden wir morgen auf Jans Kanal auch machen. Deswegen schaltet da wieder mit rein. Macht's gut bis dahin. Haut rein und ciao, ciao. 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 Junior 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 Junior? Bis zum nächsten Mal.